Hey Leute, hier möchte ich euch eine weitere Methode zeigen, Kartoffeln zu legen. Diesmal wird die Maschine von einem John Deere 1630R mit 130 PS angetrieben. Gepflanzt wurde die Kartoffelsorte Innova, eine festkochende Frühkartoffel, die sich hervorragend für Bratkartoffeln und Kartoffelsalat eignet. Die Bodenbearbeitung bleibt mit Furche ziehen, Kartoffeln legen und mit Hohlscheibe einen leichten Damm bilden gleich. Der Unterschied ist, dass hier die Kartoffeln vorgekeimt sind. Um die Keime nicht abzubrechen, werden die Kartoffeln durch Arbeiter in die Körper gelegt und durch ein Förderwandsamt zum Boden transportiert. Das bedeutet einiges mehr an Manpower. Der Vorteil bei dieser Lege-Methode ist, dass die Kartoffeln früh geerntet werden können und ihr bereits früh Kartoffeln aus heidemischen Anbau genießen könnt. Die vorgekannten Kartoffeln werden bei einem kleinen Zwischenstopp wieder aufgefüllt und weiter kann die Arbeit gehen. Der Vorteil bei der Lege-Methode ist, dass die Kartoffeln dann auch in der Kompel-Kommel befindet. Die Kompel-Kommel ist, dass die Kartoffeln in der Kompel-Kommel befindet. Bis zum nächsten Mal.